So, nächste Runde sinnloses Daddeln mit Mount Your Friends. Oh ja. Game starting, please wait. Waiting for MacLego. Was zur Hölle? Was zur Hölle ist das? Hallo Freunde, ich bin der MacLego. Äh, wie geht denn das? Was zur Hölle mache ich hier? Was zur Hölle muss ich? Du musst auf die Ziege klettern und es muss immer höher gebaut werden. Ach, passt. Wieso haben wir überhaupt einen Penis? Das ist verstörend. Ja, irgendwie halt. Hä, spielst du mit Tastatur? Nein. Bei mir wird das angezeigt so. Höh, bei mir schwebst du in der Luft. Ja, ja. Das bist du hier gerade. Bei mir zeigt es, du spielst auch mit Gamepad gerade, oder? Ja. Komisch, bei mir zeigt es auch hier WASD an. So, machen wir erstmal so. Wee. 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 Hm. So. Das ist... Du. Das geht doch darum, sich gegenseitig auszutricksen, oder nicht? Rein prinzipiell. Ja, aber... Du. Hallo, Freunde. Guckt euch meine Eier an. Was du kannst gar nicht auch. Das ist aber fies, weil ich spiel zum ersten Mal und du bist schon voller Pro. Wo weiß ich denn x? So kann er sich überhaupt mit so einem komischen Fuster festhalten. Weiß ich was ich davon halten soll. Ganz ehrlich. die haben sich vorher mit irgendwas eingeölt beziehungsweise das sieht bequem aus guck dir meine eier an oh yeah baby die haben aber auch ein ordentliches gehänge findest du schon groß wo ansprüche hast du ja nicht gerade auch guck mal moment ich will mal was machen ach was soll's so mein kopf ist fast kalt nur weil du ganze zeit aufnehmen willst juhu oh yeah nein diesmal bin ich nicht so fies oh man voll bequem aus was er da macht eigentlich nicht Immer auf mein Gamepad gucken muss, weil ich immer noch nicht weiß, wo welche Taste ist. Nein, das war falsch. Aber es scheint ja zu klappen, so wie ich das jetzt gerade mache. Oh, komm mal her, du. Das Bein muss da hin, nein, geh da hin, Bein, geh da hin, geh da hin, Bein, weißt du, wenn du so weiter machst, stehst du als Jungfrau-Kollege. Es gibt in dem Spiel übrigens ein Achievement, das heißt Teabagging. Jetzt hör mal auf deinen Sack über den Boden zu schleifen, ey. Okay. Ich tue, was ich kann. So. Haha, es reicht. Juhu. Juhu. Oh yeah. König der verdammten Welt. Warum hat meine Figur eigentlich Sackhaar? Darf sie nicht. Soll ich mir den Sack rasieren oder besser nicht? Diese Frage. Keine Ahnung. Eure Mütter sind klasse. Wer hängt denn da jetzt noch? Ihr drei? Hallo, Freunde. Oh. Oh, wie er sich weh tut. Ich möchte jetzt aber... Ah, na. Das musste doch sein so hoch. Passte grad so schön zur Musik. Komm. Na also. Wir haben echt verdammt harte Zehenmuskulatur. Warte mal, kann ich jetzt ins Menü noch? Nee, ne? Ich glaube nicht. Weil die Musik ist doch wieder mal lauter im Spiel als sie im Menü ist. Und ich liebe sowas an Spielen, ehrlich. Ich schaffe es, jawoll. Ja, fabulous. Na komm, schwimm dich da rüber, Keule. Einfach mal ins Gesicht krapschen, weißt du? Ich frag mich, ob das von dir ein Absicht ist, dass der Mund so weit offen steht. Komm, das halte ich an seiner Glatze fest. Oder in seinem Auge. Auch gut. Mann, die haben aber echt Körperspannung ohne Ende, du. Mhm. Oh, Händchen halten, guck mal. Voll poetisch. Moment. Das ist das Zeichen für wahren Frieden. Ich sollte mich jetzt vielleicht langsam doch mal ein bisschen beeilen, damit wir doch noch weiter zocken können. Ah, Les Brundt ist dran der Reihe. Knorpsel. So. Ui. 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 Halt. Hoch, hoch, hoch. Ui. Ui. Dieses Gestöhne. Er macht jetzt nicht mit dem Arsch auf seinen Beinen da bequem oder auf dem Arm. Ui. Ui. Wogen Xander aus, keine Ahnung woher er kommt. Keine Ahnung was das sein soll. Was irgendwie so olympische Teilnahme hier ist. Auf jeden Fall alles Ziegenfetischisten. Ohoho. Aber du bist extrem leise bei mir. Jetzt weiter. Ich würde sagen... Ah. Weil ich verstehe dich ja selbst kaum, denn das ist in der Aufnahme erst recht nicht. Aha. Darum würde ich vorschlagen, nehmen wir gleich noch ne Runde auf. Mhm. Und dann kann jeder eine hochladen. Hihihi. Das ist nicht schlawiner witzig. Doch. Absolut. Ach komm, du wirst doch wohl ein Bein da hochkriegen, oder? Oh komm. Wie, von wem ist denn der Arm, der da noch ist? Keine Ahnung. Komm jetzt hoch da. Ja, die Runde scheint jetzt eh vorbei zu sein. Jo, returning to loving in approximately 10 Minuten. Ich würde sagen, das ist dann die Runde, die du hochlädst. Ich würde dann erst mal eine Aufnahme löschen. Alles Klärchen. Und... Gelöscht. Haha. Ja. Ja.